So um die Ecke oder so ein bisschen. Ja. Hier ist so ein bisschen... Das Roche-Dings da, ja. So ein Reifen, ja. Mit Felgen. Wie sind die Messenbombs hier? Ich würde sagen, hier waren welche gewesen. Aber nicht aufgeräumt. Batterien... Was ist das denn? Gut, gut. Kann man mal wieder sehen hier. Hä? Genau, ja, das mit dem... Was ist denn das für Dullis, Alter? Ja, guck mal. Gummifisch. Hä? Das ist der Haken dazu, wie es kommt hier denn? Das ist für Gummis, Dullis, Alter. Oh, der... Loll, hä? Ja, jetzt sind wieder die, die warten auf den Schatz zu. Ja, wollte ich auch gerade sagen, ja. Die schmeißen die Kleinschätze... Die Kleinschätze, die wir raussammeln, die wollen sie nicht haben. Neue, dann können wir gehen. Oh, das ist ein... Woher ist das denn? Wenn wir den Schlüssel... Schlüsselbund... die alten schlüsseln warte alter hat der schlüsselbund alter also hausmeister krause hat hier seinen schlüssel verloren was ist das denn? wow so ein alter hä? das ist so viel zu viel da muss man um den gebüsch herumschuddeln ja hör mal den hä? das ist hier nicht alleine das ist ja heftig abschneiden abschneiden büß kommt zu ach so hülla ich kann jetzt wahrscheinlich ein paar clips hier machen ich guck mal